Huiuiui Freunde, ich muss zugeben, ich habe mich mal wieder ein bisschen gespoilert. Neblich müssen wir auf die Beine und die Arme achten und deswegen haben wir hier 6. Hier haben wir 4. Und hier hinten wegen der Kinder haben wir 8. Darauf wäre ich nie, komm. Zeitstein. Okay, wir haben einen Zeitstein. Muss der irgendwie mit der Ruhr vielleicht? Oh! Oh! Musste ja vielleicht irgendwie mit der Ruhr irgendwie verbunden werden. Die Ruhr war... Hier war keine Uhr. Da unten ist ein Fach für den Stein. So. Oh, das muss weh haben. Ähm... Schlüssel zu... Ha... Haggis. Haggis. Was ist das? Okay, Haggis. Fahrstuhl ist außer Betrieb. Hier war nur der Schlüssel. Hier ist abgeschlossen. Hier ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Da gucken wir gleich mal weiter. Hier war auch nichts mehr. Ah, der Schlüssel zu Haggis wurde verwendet. Ich bin zurückgegangen, ich Idiot. Bin, ich bin weggegangen. Bin, ich bin weggegangen, ich bin weggegangen. Oh, da bin ich mich mal wieder. Bin ich hier auch nicht? Bin ich nicht? Bin ich hier. Bin ich bin weggegangen? Bin ich, seitsem bin ich… Bin ich bin bestimmt? Bin ich, bin ich bin hier. Bin ich bin zu heiratmen? Bin ich bin? Oh, oh, oh. blödes skelett zombie ekelvieh da ist wieder ein schlüssel emblem des markhover schloss klemmt da liegt auch noch was vertragsring sicher ist sicher schloss klemmt schloss klemmt wie viel oh oh das ist nicht abgeschlossen alter wie viel räume sind das denn bitte ach munition ich brauche heilungssachen kamera sonst ist ja nix das ist schloss 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 der schloss 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 glaube es Das ist er. Eine Stahlplatte ist an der Wand geschraubt. Schrauben sie hier. Wo bist du? Strom fließt durch Schlüssel. Ich bekomme einen Stromschlag, wenn ich ihn jetzt anpasse. Okay, das heißt wir müssen irgendwo einen Stromlamm legen. Ah, hier sind wir. Gut, Etage 3 würde ich sagen. Sieht wie ein Altar aus, was die wohl verehren? Okay, irgendwas muss bei Etage 2 noch sein. Irgendwie muss ich ja an den Schlüssel rankommen. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Schloss klemmt. So ohne Karte ist ganz schön scheiße Oh man Hier ist sonst nix mehr Aber irgendwie musste ich ja den Strom lahmlegen können Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Diese Schlange im Symbol für Quake Silber versinnbildlicht die Alchemie Gut Freunde wir machen hier mit dem Folgen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao